Servus Gle, willkommen zu einer neuen Kommentarenrunde. Zerbt dieser mein Kanal. Immer für euch geht es immer gut, so dass ihr auch einsaut. Bin grad auf dem Weg im Juh. Hab gestern auch eine Studie für ihn gemacht. Hallo Micky, bin ich mit den Zielen durcheinander gekommen. Wir haben hier so einen, ja, den, ähm, Handyspult aktiviert. Ist wirklich ein Stress, sage ich nicht, aber wie bald lang ist. Und ich weiß, weil es halt, nun ja, ist es so, kann man nichts machen. Aber dafür haben wir viele, viele Buscher. Und ihr habt gestern einige Stunden lang überbracht, äh, Autos zu schlachten. Und ihr habt einen ganzen Bock, voller, äh, fast steile. Also, ihr wisst das nur ein. Ähm, dann, dann können wir auch erst ganz beruhigt in die Ordina gehen, wenn sie ansteht. Ich hab auch die G northern, nehmt mich, und die Glyngfell von Inception. Und dann bin ich einfach nur auf jeden Fall. Und dann bin ich, ja, das ist nur ein Geil, das ist einfach. Und dann waren alle Musik wir. Und dann wurden wir sie auch. Und dann bin ich, die遊haft. Gehört. Ich fahre immer gleich. Das ist so glücklich, dass man in der Nähe der Nähe ist. Das ist gut. Ja, ähm, Was bringen Sie denn aus dem Konzept? Jetzt werden wir es auf Bücher lesen, genau. Allein hier habe ich dann vier Bücher. So, da liegen wir. Dann haben wir ein Pfeilwärbel gefunden. Wenn er weitergeht, sind wir bei der Doktorie. Ich bin gut drin geschützt. Ich will nachher noch ein Buch finden. Was ist denn ein Buch? Ja schon, da wurden zwei Dores abblieben können. So. Das war Pupsi. So. 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 Man weiß ja nie, dass er auf uns zukommt. So. Da wäre grob still erledigt. Und jetzt fangen wir mit dem Video. Schlimmse. Ich habe die Lagerpastole wieder gebaut. In der 6. oder bisher. Und da würde ich die Farbe reinmachen. So. So. Das ist ein wunderbares Ding. Ja. Sagen wir, dass er riecht von mir schneller. Wir haben aber Sonnenschein, aber lass uns ihn aber verkaufen. Es ist immer ein guter Tag, um ein paar Weapons zu kaufen. Sie sagen, dass es ein paar Sachen, die ich gerne versuche. Und... ...dann... ...dann Marie ist ein bisschen... ...und... ...nach so... ...in der Gesendt. Die Reine überlegen wir uns noch. Und das bringt mir auch nichts. Die Reine überlegen wir uns noch. Die Reine überlegen wir uns noch. Die Reine überlegen wir uns noch. Dieten sind auch noch geklösen... ...joh Da würde ich mir dann am nächsten und das will ich auch meinen Hammer sagen. Komm, dann restiere ich nochmal. Jetzt bist du arm und gefährlich. Ja. 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 Ich habe ein bisschen Arbeit, wenn du die Duken brauchst. Ich liebe dich. Nichts besser als die Möge zurück in den Boden. Ich bin jetzt hier. So. Das ist ja kein Mieter, denn das ist ja kein Mieter, denn das ist ja kein Mieter. Sorry. Ich wollte es dir gerade sagen, weil doch, ich bin nieder. Der kann so schnell. Ich wollte, dass ich ein paar Meter zusammenfahre und dann, äh, holte ich euch wieder rein. Das stimmt, ich bin immer mit. Und dann holte ich euch beim, beim Tool wieder rein. Du bist weiter. Das ist ein Geist. Das w Londen ist das Leben geübt. Ich bin immer da. Ich bin immer da. Ich bin immer da. Ich bin ein guter Blumenkneuer. Ja. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Ich bin ganz glücklich, weil wir nach der Engelspföße sind im Dickhälder. Der Scheiße war es, dass die Kursen wurden, weil der bestimmt ein paar geile Sachen hier rumliegen. Hier oben. Was geht jetzt? Ich habe ein bisschen Ruckel im Gesicht, gemerkt. Na ja, ich bin ganz glücklich, dass ich den Schatten habe. Alles gut. Ich bin ganz glücklich. Ich bin ganz glücklich. Ich bin ganz glücklich. Oh, ich bin ganz glücklich. Wow, hello again. What can we get you? Fabulous. Here you go. If you spend it all in one place, make sure it's at Traitor Joel's. I don't know where to go. I don't know where to go. Oh Gott, das ist so schön. Wenn du einen Sachstar hast, den hab ich nur einmal eingetestet und ja, ich will Gott Was sind wir eigentlich? Können wir uns ja nochmal leisten Jo, kommen wir mal wieder bei den Büchern rein Aber wenn wir als Viking-Fans kaufen, die werden ja eh nur zwei, bisschen mehr wie zwei kosten Dann werden wir vielleicht erstmal eine Abzune Ja, gut Das haben wir selber Der Bestplanet Da könnten wir mal kaufen Der Bestplanet Der Bestplanet Das liegt auch da Da brauchen wir so einen Erdvucher Kann das sein So Der Bestplanet Das ist mein Sammelagummen, weil wir das alles brauchen Die Bestplanet Der Bestplanet Das wäre schön, dass wir mal kaufen Denn wir haben ja Zumindest ein Ich habe es jetzt nur noch einen Kuss gemacht. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, weil es nicht so gut ist und ich bin nicht so gut. Ich habe es nicht so gut. Ich habe es nicht so gut gemacht. Ah, das macht's up for the shit you stole from me. Ah, da muss ich denn. Und mir wäre ich dir eher ganz lieber. Aber ich weiß nicht, ob er wenn die Nacht gibt. Nach den Büchern Nach den Büchern Bock. Ja, da können wir mal ein bisschen was bauen. So. Was hat er denn? Äh, ich will noch tun mit nichts, weil ich nicht so bereit bin, weil er hat dann einen anderen zu nehmen. So. Die Ausgaben sind... So. Die Ausgaben haben wir jetzt eingeladen. Wenn man das nicht mehr so lange schaut, gehen wir auch so machen. Dann macht er dann noch einen kleinen Drehquals und holt das wieder rein. Dann macht er so... Und dann kommt er so, dass wir die Ausgaben sind. Dann kommt er so, dass wir die Ausgaben sind. Dann kommt er so, dass wir die Ausgaben sind. Dann kommt er so, dass wir die Ausgaben sind. Hallo! Hallo! Wie war da früher Wurden von gewonnen Schüchten. Ich glaube die Kämmer sind. Wir müssen hier rein. Wir sind hier hoch. Wir kommen hier hoch. Keine Dank mehr. So. Ich wusste gar nicht einmal mit. Ich habe nicht gesehen. 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 So, aber kein Blan mehr ist. Wenn ich mich nicht mehr so verabschiede, dann bin ich nicht mehr so verabschiedet. Ich habe ihn mit ihm geholfen, aber ich habe ihn mit ihm geholfen. Ich will halt nur kurz rein und raus. Verschleißen, dass er nicht mehr dabei ist. Die Eltern näher gewohnt. 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 Wir sind der Englischmacher. Die Eltern näher gewohnt. Wir sind der Englischmacher. Die Elternallasch. Sie sind der Englischmacher. So 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 Hier kann man den Deiger auch gut schlafen. So, dabei haben wir eigentlich schnell einen Schnellesnimmenschen. Mal größer, aber nicht überlänglich, aber nach unten geht es jetzt. Und dann haben wir noch einen Schnellesnimmenschen. 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 Aber verflossen. Seine Abachten, wie du es schon denkst. Das war's. Mein Lieber. Mein Lieber. Mein Lieber. Das war's. Ich war's. Ich war's. Ich war's. Ich war's. Ich bin nicht sicher, dass du es in dir hattest, um es zu entfernen. Great job! Das ist wieder mal zu einem Tag, aber wir nehmen mal, weil das ganz abgefeuert ist. Es ist aber echt für mich. Trader Joel's ist der eine Stop-Shop für all your armor needs. Der 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 Die Folge ist sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, wenn ja, dann lass ich da gerne einen Daumen nach oben da und ein Abruf wäre mega cool. Bleibt gesund, passt euch auf und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschau.